Mein Prinzess dauert wahrscheinlich schon viel länger. Er begann kurz nach dem Ton meiner Frau, da es ist schon länger als 5,5 Jahre. Wenn man für einen Prozess etwas tun will, kann man sich mit anderen nur wenigen befassen. Am Anfang habe ich es nur noch versucht, aber ich habe bald wieder Erfolg. Mein Prinzess ist so schlimm und bringt nicht viel Erfolg. Selbst die Doppelzüge arbeiten und die Behandlung hat sich wenigstens für mich als ganz gut gelesen. Ein solcher Aberglaube ist es zum Beispiel, dass viele aus dem Gesicht des Angeklagern, insbesondere aus der Zeichnung der Rippen, den Ausgang des Prozesses erkennen wollen. Diese Leute haben behauptet, sie würden nach ihrem Glück zu schließen, gewiss und bald verurteilt werden. Sie würden nach ihrem Glück zu schließen, gewiss und bald verurteilt werden. In der Zeit, sie würden nach ihrem Glück zu schließen, gewiss und bald verurteilt werden. Die